moin leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft wir waren dabei die automatische zuckerbau farm zu bauen dafür bräuchten wir aber noch mal wie macht man dann noch mal powerrails ich glaube regnet das was nicht gut ich muss gleich noch ein einkaufen farbe fahrrad so und gott sei dank dann machen wir mal sechs fackeln wo sind die anderen schienen da sechs fackeln und schlafen natürlich habe ich das hopper minecart ja gott dann klatschen wir jetzt mal hier drei so schienen hin wenn ich aha okay scheiße ach so ja ich kann ja okay setzt sich da mal wieder hin jetzt setzt du dich dahin und nein und wenn man ach oder so drei davon die beiden hier runter bodeln hier runter bodeln da eine redstone fackel und wo bist du bist du das ist nicht dein ernst ach nö okay 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 ich höre jetzt da jetzt drauf ach so natürlich man kann nicht so schwer sein oder so das hätten wir auch ich hab scheiße gebaut ich muss ja noch ich muss doch noch sachen machen hier zum beispiel holz hacken wir brauchen ja noch mehr hopper das war natürlich wieder sehr schlau vorgearbeitet locker locker wieviel kisten sind das machen wir mal 7 also das reicht gar nicht vom eisen her merke ich gerade obwohl doch ja da wäre sogar noch eine kiste gewesen egal das eisen ist viel schlimmer dass schon wieder alles raus raus baublöcke bleiben noch raus 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 irgendwas habe ich jetzt schon wieder vergessen meine ich ja 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 Um... und weh ich kann diese schienen jetzt nicht auf den hoppern platzieren immerhin etwas so hier alles zu machen hier alles zu machen wo kommt denn der stein so jetzt müssen wir hier hinten wieder das minecart anschieben oh gott tschuldigung rein theoretisch möchte ich das auch so darauf schieben können oder jetzt muss ich echt extra schiene holen ja ja was ist denn hier los so da drauf jetzt geht die sonne schon wieder unter jetzt können wir hier erstmal das inventar wieder ein bisschen freiräumen jetzt brauche ich erstmal einiges an sand 20 blöcke lang da brauche ich einen stack sand jetzt 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 Ich weiß, mach kein Mist jetzt hier. Läuft. So. Bühnchen. Perfekt. 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 Jetzt müssen wir nur noch. Hier und hier. Ja, und wenn jetzt eins. Ha, ha, ha. Ach so, Moment. Ja, das Minecraft sammelt die auf. Das hätte ich auch so testen können, ne? Aber die müssten jetzt auch alle hier drinnen landen. Mal gucken. Zehn Stück haben wir im Inventar. Ja, läuft. Obwohl, ich könnte gleich drinnen bleiben. Jetzt kommt da noch eine schöne Wand aus Glas vor. Das ist wunderbar. Was haben wir hier? Neun, neun. Sind schon mal achtzehn. Entschuldigung. Gutsch. so da kommt hier noch eine drauf da müssen wir oben aber noch zu machen nicht dass da welche vier reinspringen oder laufen wie war das so kriegt man doch ja, nech ähm ein neuer geforce treiber ist verfügbar schick geht diese meldung da jetzt gar nicht mehr weg ja Aha. Ja, ähm, was soll ich sagen, Leute? Eigentlich könnten wir die Folge beenden und ich baue den Rest alleine fertig, weil das Grundprinzip steht. Es ist jetzt nur noch Deko. Und sobald das fertig ist, lohnt es sich eh nicht mehr, was Neues anzufangen an dieser Folge. Und die Außenaufnahme-Session ist auch vorbei für heute. Gleich geht das große Thumbnail erstellen los und hochladen. Und dann muss ich noch, wie gesagt, mit Fahrrad durch den Regen, so wie das aussieht, mir ein lecker Brötchen holen. Gut, Leute, ich mache das hier noch fertig. Und dann, vielleicht lasse ich den Server, den Singleplayer hier auch laufen, während ich einkaufen bin. Und mal gucken, wie viel Zuckerrohr dabei zusammengekommen ist. Ich glaube, das mache ich. Leute, wir sehen uns. Dann in der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie viel Zuckerrohr wir in einer Stunde in etwa geerntet haben.